Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme Grim Dawn. Das letzte Mal ist schon lange, lange her und zwar deswegen, weil ich ein bisschen außer Gefecht gewesen bin oder immer noch bin, spiele jetzt mit Handicap und zwar deswegen, weil mein rechter Arm etwas eingeengt ist in der Beweglichkeit. Meine tollen Abonnenten wissen, wovon ich rede und ich versuche das mal jetzt einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wo wir aufgehört haben. Das Layout gerade sah schon mal etwas anders aus als damals, kann man ja schon fast sagen. Mal sehen, was jetzt die nächste Quest da ist. Ich glaube, wir mussten irgendwo da oben. Aber an Jimmy und so kann ich mich noch erinnern. Hier, das war Jimmy. Für den hatten wir noch keinen Namen für den Rahmen hier. Da oben kämpfen sind, muss ich noch mal kurz gucken. Ähm, ja, das ist schon mal so. Das war uns die Karte weg. Ich weiß nicht. Aber wir mussten da oben wen und da waren wir schon ganz knapp. Noch mal kurz die Christen gucken, Christian Kuh. Oh, ich gehe mal hier wieder. Läuft auf hoch zu hören. Wie mein Gott ist das. So. Burwich. Und Derry's Crossing. Ist das genug? Burwich. Burwich. Das war einfach nur Mobs töten. Also das hier. Also das hier. Also das hier. So. Burwich Road. Burwich Road. Wird der irgendwo gewesen sein. Das würde ich mich da mal hin. Gut. Gibt was. Vielleicht ist es schön. So. Jetzt. Äh. Auch richtig. Bin begeistert. Was das hier schön ist. Kann man mir ja nicht fragen. So. Der war der Händler hier. Ach. So. Jetzt weg. Weg. Derry's Crossing sind wir. Ja. Das glaube ich auch noch Gold. Hier hin. Oh. Foggy Bank. So. So. Fast. Ja und wir waren ja auch hier sowas schönes. Oh Mann ey. Das ist zu lange her. Ich glaube da waren wir schon drin. Jetzt geht er. Geht Jimmy schon wieder in Rage hier. Ja ne. Nein. Oh. 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 Normal. So. Okay. Ja. Und ich erinnere mich. Das hier war so overpower. Dieser Skill hier. Das war ja von einem. Jetzt hat es aber abgeling Zeit. Aber letztes Mal war das instant ready meine ich. Kurz gucken ob wir hier schon drin waren. Ich nehme eine warme schon drin. Hallo. Oh. Oh. Mag keine Mütten. Ich meine ich bin in diesem Spiel sowieso nicht. Schut. Ich werde angeschossen. ich bin in diesem Spiel rum das ist ja voll peinlich". Außerdem auch voll langweilig. ich ich kann mich nicht mehr genauer erinnern ob es sich immer noch nicht was soll es mehr sonst nichts zu tun ja das hier ist nicht zu entdecken aber ein stück musikarten hier kunden das war doch alles hier freie schilden jimmy naja und es kann übrigens sein dass es gleich die tippel die tippelige klingeln nicht meine die klingel klingelt weil ich dann meine Lebensmittelliebung erhalte von Riebe hier ist die Straße weißt du da ich momentan kein Auto fahren darf fünf Wochen noch mein Gott ich weiß gar nicht wie das aushalten soll und ständig so wie ich einkaufen den kann momentan lass ich es mir halt einfach liefern es ist sehr praktisch ich werde jetzt hier nicht alles töten weil ich der Meinung bin das hatten wir alle schon mal deswegen deswegen scheiß drauf die schütteln das z die 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 das und hat schon klingelt Bis gleich.